wir werden heute gemeinsam auf wenn show of attempts turn into embarrassment reagieren also auf deutsch übersetzt wenn angeber so flex versuche wenn man gerade etwas zu zeigen will irgendwie ja ich sag mal sehr peinlich werden ich bin gespannt leute versuchen zu flexen es wird cringe lasst ein like und ein abo da und let's go mit dem video okay hat daran fünf teile gearbeitet perfekt geile vorstellung also ich glaube ihr merkt schon in welche richtung heute die clips gehen ich habe wog lasst ein like und abo da und let's go meine freunde wir starten rein let's get in starting here sehr sehr cringe der boden ist auch voll nass und dreckig wer weiß was das da für flüssigkeiten sind ok er ist sie will den schneemann da kaputt machen das war karma das war karma aber richtig so ach du scheiße er hat es gerade auch richtig gefühlt das war sein feuerwehrmann moment das ist auch hier der typ von top gear gerade eben fühlt er sich noch so meinst du er ist so schlau jetzt fliegt ihm das ding in die scheibe rein ich kenne den rapper nicht aber das ist sein moment aber warte mal was war da jetzt gerade das ding ich dachte er rutscht aus oder so ach hier um den typen geht's oh mein gott aber warum versucht er das auch warum 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 sollte er ihm denn die faust jetzt geben alter wie viel diese alten fernseher aushalten krass das war noch richtig stabile dinge und der schuh ist weg lost oha es war aber wirklich voll der gerade kreis wäre sie dabei nicht hingefallen wäre das schon clean einfach sich selbst erst mal ein bein gestellt leute oh mein gott der ehrenloseste unterhosenzieher aller zeiten er rennt jetzt so bemerkt damit ja das hättest du eben nicht geben dürfen der zerfetzt das paket jetzt er wollte einen monitor retten und dann sind alle gefallen er fällt nicht mehr das hat dann er hat in der 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 Also Leute sind wirklich schloss. Die Leute sind verloren. Sie hat sich gerade richtig gefühlt. Wenn du einen Ferrari nach dem Retirement kaufen. Das ist doch ein Lambo. Er kommt da nicht raus. Oder einfach einen Fuß nehmen und raus da. Ich muss mal aufpassen, dass man sich da nicht schneidet. Also ich merke gerade, dass sie das da auch hätte voll einfacher aufmachen können. Okay. Er springt einfach daneben. Warum versucht er denn einen Biber zu fangen? Was ist denn los mit ihm? Ich hätte eher Angst, so ein Ding anzufassen. Dass er ihn angreift. Sie springt in den Ventilator oben rein. Irgendwas mit dem Ventilator muss da sein. Einfach weiter gemacht. Er hat voll an diesen Kaminen oder Ofen da getreten. Aua Leute, aua. Es sind halt wirklich viele Spezialisten hier. Es sind richtig viele Spezialisten hier in dem Video dabei. Und sie look cool in den Backgrund. Und es ist natürlich ein Ding. Ich kann mich all die Kürzen her all day. Und ich kann mich all die Aufmerksamkeit. Ich kann mich an das Stapfen. Ich bin ein Stapfen, mich selbst. Perfekt, ohne diesen Paddel, einfach gestrandet so. Ich habe nicht gesehen, als er an der Treppe war, Leute. Ist er dumm? Oh nein, die Auflaufform ist einfach zerbrochen. Krass. Okay. Das kleine Mädchen zerstört diesen Magier. Oh, sie hat ihn direkt entlarvt. Leute, das soll es gewesen sein. Lasst den Like und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt noch gerne meine anderen Kanäle aus, den iKramix Hauptkanal für Gaming-Videos, den King-Kramix-Polebear-Kanal, Instagram, alles abchecken. Ihr wisst Bescheid. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Kramix. Bis bald. Und bis bald. Und bis bald. Bis bald.